Ich fühle mich wie so ein Elternteil, wo das Kind ganz erst mal Fahrrad fährt. Das ist das erste Mal ohne Stützräder. Ich würde sie verschreien, Bro. Ich finde es geil. Der Typ meinte so, solange wir das Ding nicht komplett geschrottet wieder bekommen, ist es alles okay. Und ich glaube, Real Rap, die kriegen das komplett geschrottet wieder. Komm, zütt noch eine Runde. Bruder, ich hätte die militante Veganerin anders in Erinnerung. Oh, du hast den Ferlig trinkt, glaube ich. Oh mein Gott! Gerade Sportartikel mit 13 Punkten im Durchschnitt gemacht. Ich liebe euch alle. Noch einmal! Okay. Yep. So gut.